Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 6. Juni 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 630 und heute habe ich die folgenden Themen mit für euch. SBB, Aptoid, Firefox, Embargo, China, Catalina und Bildschirmfreigabe. Ich beginne gleich mit der SBB, den Schweizer Bundesbahn. Die treten nämlich jetzt in ein Geschäft der letzten Meile ein. In Zürich gibt es neben Bird noch einen weiteren Anbieter, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, genau Tier, die eTrodinette Scooters anbieten, die man mieten kann, wie man sie gerade nutzen möchte, wie man es halt kennt von den ganzen Möglichkeiten weltweit. Einfach schnell über die App so einen Teil klicken, nehmen, rumfahren und da abstellen, wo man es nicht mehr braucht. Und ja, eben die letzte Meile vom Bahnhof zum Beispiel zum Büro und so weiter. Und da steigt jetzt die SBB ein mit einem Berliner Startup, das unter anderem schon in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Portugal und Belgien unterwegs ist und eigentlich auch schon in der Schweiz unterwegs ist. Unter dem Namen Flash sind sie das nämlich auch im Basel-Zug Winterthur. Und eben somit, ja, jetzt halt eben in Kooperation mit der SBB, zumindest jetzt mal ab Zürich. Und aktuell wird geprüft, das auf weitere Bahnhöfe auszuweiten. Ich finde das auf jeden Fall eine tolle Geschichte, werde das weiterhin verfolgen und freue mich das Ganze natürlich selber das nächste Mal auszutesten, wenn ich in Zürich bin. Weiter geht's mit dem alternativen App Store Aptoid, den es unter anderem, oder nicht unter anderem, sondern den es für Android gibt. Darüber kann man eben Apps installieren, wenn man nicht über den Google-Dienste und Services gehen muss und die sehen sich aktuell bedroht von Google, denn seit Sommer 2018 haben sie über 20% ihren Nutzer verloren und sie sagen, das Ganze kommt daher, dass Google, oder besser gesagt, das Google-Dienst, der Apps checkt, ob die sauber sind oder eben nicht, sie als schlechte App deklarieren, also sprich als eine App, die nicht vertrauenswürdig ist. Und somit würden natürlich die Nutzer die App natürlich nicht installieren, wenn sie sowas lesen. Wäre eigentlich auch sinnvoll und ist ja eigentlich auch die Geschichte, warum es den Dienst von Google gibt. Aber hier, wie gesagt, wirft Aptoid das Ganze Google vor, dass sie da, ja, Platzhirsch ausnutzen quasi. Ja, mal schauen, wie es da ausgeht. Und vor allem, weil das eine der möglichen Alternativen gewesen wäre, auf welche oder mit welcher die Huawei-Smartphone-Nutzer Apps installieren hätten können, eben da keinen Weg mehr über den Google Play Store gegeben hat. Oder es gibt, besser gesagt. Mein Gott, Deutsch ist manchmal schwierig. Schutz vor Privatsphäre. Das ist nicht nur Apple wichtig, das haben sie erst gerade wieder an der WWDC ganz, ganz stark betont. Das sagen ja auch andere, Google, Facebook möchten da auch ein bisschen mitmischen. Und jetzt kommt wieder hervor, einer, der eigentlich schon länger auch in dem Bereich ein bisschen was macht, ist Firefox. Die machen es ähnlich, wie es jetzt Safari auch macht. Die, ja, unterbinden einfach das Tracking und Werbetracker generell und andere solche Geschichten, Analyse-Tools auf Webseiten auf den Benutzer übergehen und somit personenbezogene Daten über den Personen sammeln und die dann weitergeben in den meisten Fällen dann eben auch an andere Firmen, die dafür teuer Geld oder günstig Geld, wie auch immer, bezahlen, wie man es sehen möchte. Und unter anderem ist da eben auch Facebook wieder ein Dorn im Auge und ein bisschen eingeschränkt. Wer sich da genau reinlesen möchte, wer Firefox nutzt, unbedingt in daily.edogs.ch auf den Shownotes in der heutigen Folge oder direkt im Podcatcher eurer Wahl. Da könnt ihr das Ganze genau nachlesen, wie das funktioniert und wie das angedacht ist. Einer der Gründe, weshalb ich neben Safari auf meinen ganzen Macs, Opera und Firefox installiert habe, weil die halt einfach ein bisschen mehr Sorge tragen zu der ganzen Geschichte. Tim Cook meint, dass es anscheinend nicht in Chinas Interesse sei oder China nicht interessiert daran sei, das iPhone zu schaden oder dem iPhone zu schaden und irgendwie noch stärkere Geschichten gegen sie einzuleiten. Der letzte Schritt war ja die 25% Steuer, die sie entrichten dürfen, Strafzölle. Und was ja schlussendlich dann den Ausschlag gab, dass damals Trump dann auch in die Richtung Huawei geschossen hat. Tim Cook ist schwer davon überzeugt, dass das nicht der Fall sein wird, dass eben China gegen sie zurückschlagen wird, weil sie ja doch weltweit und unter anderem auch in China interagieren. Da dürfen wir echt gespannt sein, denn gleichzeitig hat auch Huawei verlauten lassen, dass sie quasi eine Antispionage-Abkommen mit Trump oder besser gesagt den amerikanischen der USA unterzeichnen würden. Sie würden dem zustimmen, das haben sie auch unter anderem mit Deutschland und ich glaube Großbritannien gemacht und ich hoffe doch ganz stark auch mit der Schweiz, wo sie auch Provider ausstatten mit ihrer Hardware. Aber sie meinen gleichzeitig auch, dass sie nicht allzu grosse Hoffnung haben, dass das durchkommt, weil die Trump-Regierung eigentlich gar nicht in dieser Richtung es angedacht hat, quasi die Möglichkeit zu geben, sondern sie andere Ideen im Hinterkopf haben, eben Huawei zu schädigen, sprich nicht reinzulassen. Das werden wir sicherlich sehen, wie das weitergeht, denn die 90 Tage, die ticken natürlich, durch die sie Aufschub erhalten haben. Da dürfen wir gespannt sein. macOS Catalina, das kommende macOS, was an der WWDC kurz gezeigt wurde mit den neuen Funktionen und so weiter. Dazu gibt es jetzt eine neue Geschichte oder eine Neuigkeit, die noch dazu herausgekommen ist, die die Mehrheit, würde ich sagen, der Mac-Nutzer sicherlich eher nicht interessieren wird, weil der Mac ist natürlich unter anderem deshalb so genial, weil er so einfach, man könnte fast sagen, clicky-bunty ist und das Ganze einfach einfach funktioniert. Aber viele der Nutzer wissen gar nicht, dass sie da quasi auf einem Linux-Derivat herumtöckeln und dass es da natürlich auch Möglichkeiten gibt, viel tiefer ins System abzutauchen. Bis anhin war das immer die Bash und das ändert sich jetzt. Mit Catalina wird, wenn ihr eine Neuinstallation macht, als Schnittstelle im Hintergrund, nicht mehr auf Bash gesetzt, sondern auf die Z-Shell und wenn ihr ein Update macht, bleibt euch die Bash noch erhalten, könnt ihr aber dennoch auch beim normalen Update dann händisch aktivieren über das Terminal, wie das Ganze funktioniert und warum das eben so bleibt, das in einem Beitrag auch hier verlinkt bei uns in den Shownote. Wie gesagt, aber das betrifft wahrscheinlich eher die wenigsten unserer Nutzer, äh, unserer Nutzer, genau, die Nutzer von macOS. Und zu guter Letzt kam kurz vor noch eine Meldung raus, die mich so begeistert hat, dass ich gleich noch darüber bloggen musste. Die Bildschirmfreigrabe in Skype, das kennt ihr sicherlich, ihr könnt, wenn ihr am Skypen seid, auf Windows oder macOS, äh, in der Skype-App sagen, gebt mir den Bildschirm frei und könnt dann dem Gegenüber gleich zeigen, was ihr meint, was ihr denkt, was ihr, äh, ja, geändert haben möchtet oder was auch immer. Vielfach kannte man damit schon eben Team-Viewer umgehen, quasi musst du das nicht mehr nachinstallieren oder installieren, auf dem Rechner der Mutter zum Beispiel oder des Vaters oder sonstigen Menschen, denen man gerne mal einen Support gibt. Ähm, ja, das Ganze kommt jetzt auch mit dem neuesten Update für iOS und Android. Heisst, ihr könnt ab sofort dann auch Freigabe für iOS und Android geben und somit, äh, eben, ich freue mich da mit den Leuten, denen ich immer wieder mal Support geben darf, muss, kann oder will, ähm, auch da direkt aufs Smartphone zuzugreifen, denn es ist, man kann nie schneller helfen, als wenn man es direkt sieht und wenn man halt nicht vor Ort ist, dann ist halt das die einzige Möglichkeit über solche, ähm, Screen-Freigabe. Finde ich ein tolles Update, installieren und Freude daran haben. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für diesen Donnerstag zusammentragen habe können. Euch noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder am Freitag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.